Guten Tag, mein Name ist Jérôme Luling. In meiner Sendung Lützebäuerisch-Lehrer sprechen wir heute über Passé-Composé. Nicht einfach. Gucken wir mal ein bisschen, für dich ein bisschen Theorie. Ich finde auch auf www.europgramme.lu Also, in der Vergangenheit hat man Lützebäuerisch-Lehrer mit dem Passé-Composé ausgedrückt. Der Passé-Composé besteht aus dem Hölfsverb Hohn plus Partizip-Pasé oder dem Hölfsverb Sinn plus Partizip-Pasé. Option Nummer A1, also A, Auxilien Hohn plus Partizip-Pasé. Ich habe ein Haus gebaut, du hast ein Haus kauft oder kauft. Hier wird viel geschlafen. Ich habe mich gewascht und mir habe viel geschafft. Ja, er muss aufpassen im Französchen. Ich habe mich gewascht, ich habe mich gewascht, ich habe mich gewascht und so weiter. Option B, Auxilien Hohn plus Partizip-Pasé. Der Hölfsverb Sinn geht viel Männer benutzt, hauptsächlich bei Bewegungen oder bei enger Veränderung vom Zustand. Ich bin an die Kino gegangen, na, da das ja ganz klar eine Bewegung, das nicht geschieht. Ich bin abgeschlafen, da das ist ein Changement d'Etat, also derweit wägerisch, an Lusida abgeschlafen. Ich bin erst gestorben, da das auch ein Zustand in sich verändert wird. Wir sind nicht lang geblieben, ja, beim Verb bleiben, da benutzen wir auch Teil des Verbsinn. Ich bin arm gewascht, das ist auch interessant am Französchen, du siehst, ich hätte power. Wir sind aber, ich bin arm gewascht oder ich bin Doktergen. Der Punkt C, der Partizip-Pasé oder der Partizip-Perfekt, die behandeln ich noch heute nicht am Detail. Da kann ich es immer an einem anderen Klip, ich denke ja. Aber allgemein muss das auch eine Schäden zwischen regelmäßig und unregelmäßig. Regelmäßig bauen, das für mein Haus wird gebaut, oder also die G an den T. Ganz viele Verben funktionieren nur dem. Muster G plus T, aber der hat aber auch am letzten Wochen viel unregelmäßig Verben, wie zum Beispiel brechen, hier wird Brot gebracht, der hat also heute G. Und der hat auch noch ein Changement vokalig, aber kein T. Mehr Informationen über die Partizip-Pasé von der Haie, wie gesagt, die guckt man es dann in der Hand, der kann ja rund, das geht da ein bisschen zu viel lang. Na dann, nun schaue ich nach dem Exerciz. Also, Haie ist gestern, um acht, aber abgestern. Ob gestern oder abgestern, ja, da das Verb da den Bewegung ausdrückt, dafür ging es heute so, dass der Tellesverb Sinn ist. Also, ich sinn, mir da muss er aufpassen, für um G fallen die zwei einen natürliche Wäsch. Ich sehe gestern, um erdauer abgestern, oder ich sehe gestern, um erdauer abgestern. Dann, in zwei, du hast das Verb bei Handeln gucken, da hat das ja keine Bewegung, und dafür ist es dann schon mehr, die zwei einen fehlenden Wäsch, wenn es dem G, ich habe gestern, Telles geguckt. Nummer drei, wenn ich, anheu das Verb fuhren, und da hat das ja ganz klar eine Bewegung, wenn ich, was du mit dem Zug anstatt gefuhren, habe ich auch anstatt, bei dem Akkusativ, weil es in Bewegung ist, und dann, der Nummer vier, wenn ich, an der das Verb stirben, also Changement d'État, wenn ich, was hat gestorben. Und dann, wo ich nachher einen Rätsel verbessere, klicken wir da, wenn ich gucke, was da geschieht. Fantastisch, alles richtig. Voilà, beginne ich zurück an mein Hauptmenü. Ich hoffe, der wird etwas Klänges gelehrt, etwas Klänges verstanden, ich hoffe, es wird schon nicht gut erklärt für alle, aber das ist nicht so einfach. Der Passage kommt aus dem letzten Böden schon. Also, Hunde oder Sinn, und in einer K, ja, gucken wir dann auch nach, wie der Passage funktioniert. Alles, das fand ich natürlich auch auf meinen Internetseiten, exercice.lo, grammaier.lo, die fand mich auch auf Facebook, auf YouTube. Und das ist natürlich auch alles an meinen Büchern, Werbentabellen auf Lützebäuer, mit französischer Übersetzung oder mit englischer Übersetzung erklärt. Buch mit 107 Schweizer oder von der einen Seite. Voilà, ich sage, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis offen, bis zum nächsten Mal. Au revoir.